Hallo und herzlich willkommen zu die Sterne für die Woche vom 18.03. bis 24.03.2024. Mein Name ist Robby Altwein, schön, dass du da bist. In der neuen Woche wechselt die Sonne das Zeichen. Am Mittwoch betritt sie das Zeichenwitter und damit beginnt der Frühling. Am Mittwoch haben wir Frühlingsanfang und nicht nur das, ein neues astrologisches Jahr beginnt. Wenn die Sonne ins Zeichenwitter eintritt, beginnt ein neues astrologisches Jahr, das Jahr der Sonne. Das alte Jahr ist ein Jahr des Mars. Mars steht für Ideen umsetzen, für Entscheidungen treffen, aber eben auch, dass da Herausforderungen hochkommen, vielleicht auch einige Konflikte da sind. Wenn die Sonne die Herrschaft übernimmt, dann geht es um Kreativität. Es geht um Lebensfreude. Es geht darum, dass du deinen Herzensweg gehst. Dass du immer mehr zu dir selbst stehst. Dass du dich öffnest für dein wahres Selbst. Dass du dich öffnest für dein göttliches Sein. Gerade jetzt in dieser Zeit des Aufstieges, wo die Energien immer höher werden, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Es wird immer höher, die Energien. Auch die Sonne verstärkt ja ihre Aktivitäten. Hast du sicher schon gehört von den Sonnenstürmen. Von den Sonnenstürmen, die werden in der nächsten Zeit noch zunehmen. Denn es geht um das Erwachen. Es geht um das Erkennen deines göttlichen Seins. Im Grunde ist das ein Thema für uns alle. Alle Menschen, die auf Erden leben, dürfen jetzt ihr göttliches Sein erkennen und annehmen. Aber natürlich werden es jetzt in den nächsten Wochen nur einen Teil der Menschen machen. Aber die, die das jetzt tun, werden von fantastischen Energien begleitet. Also wir haben Jupiter-Uranus. Eine Konjunktion, die nur aller 14 Jahre geschieht. Jetzt, im Moment, bilden sie eine Konjunktion im Zeichen Stier. Es geht um spirituellen Wachstum. Es geht darum, dass du dich öffnest für deinen inneren Reichtum. Und somit geht es auch um deine Berufung. Und Stier hat auch was mit den Finanzen zu tun. Dass es neue finanzielle Chancen sich jetzt auftun. Und gerade wenn du deine Berufung lebst, gerade wenn du deine kreative Kraft erkennst, annimmst und lebst, gehen oft auch neue Wege, neue Möglichkeiten des Geldkreierens mit einher. Jupiter-Uranus steht aber auch für den Bewusstseinssprung. Dass du auf einmal erkennst, wer du bist. Dass auf einmal Klarheit in deinem Leben ist bezüglich deines Weges. Was hier wichtig ist, dass du mutig bist. Dass du die Chancen ergreifst, die sich dir anbieten. Diese guten, diese hohen, positiven Energien, die jetzt zur Erde strömen, im Grunde stehen die uns allen zur Verfügung. Aber im Gegensatz zu den negativen Energien, die negativen, die niedrigen Energien, die drängen sich einfach dir auf. Die gehen über den freien Willen eines Menschen drüber. Die positiven Energien gehen da anders vor. Sie stehen uns allen als Chance zur Verfügung. Aber wir müssen uns hier ganz bewusst dafür öffnen. Das tun wir, indem du dich zum Beispiel mit Meditation deine Energien erhöhst. Oder indem du einfach deine Ideen und Inspirationen, die du hast, umsetzt. Es geht mit einem großen Ideen- und Inspirationsreichtum einher, diese Energie. Ja, also wichtig ist, Chancen erkennen und ergreifen. Also nicht auf das Glück warten, sondern die Chancen ergreifen. Initiativ werden. Der Aufstieg, der geschieht gerade jetzt. Vor allen Dingen nimmt die Energie des Aufstiegs oder diese erhöhten Energien, die jetzt immer mehr zur Erde strömen, die sorgen dafür, dass immer mehr Menschen erwachen. Viele fragen mich, aber Robby, wann geht es denn los? Wann geschieht denn der Aufstieg? Wir sind mittendrin. Wichtig ist aber, dass du dich öffnest, dass du dich öffnest für die erhöhten Energien, dass du den inneren Impulsen folgst, dass du dieser inneren Führung, dass du der Raum gibst, dass du deinem Herzen immer mehr Raum gibst, dass du deine Herzenskraft ausdrückst. Erwachen hat sehr viel damit zu tun, dass wir uns immer wieder positiv ausrichten, dass wir lernen, Fülle zu manifestieren, dass wir uns für Frieden einsetzen, dass wir uns für den Wandel einsetzen. Die Erde befindet sich im Wandel. Viele halten immer so an alten Wegen fest, aber Erwachen heißt, zu erkennen, dass die Erde sich komplett erneuert. Dein Leben erneuert sich komplett. Und je mehr wir uns für diese Erneuerung öffnen, desto stärker können diese Energien in unserem Leben positive Manifestationen hervorbringen. Wir erleben eine mega, mega spannende Zeit. Gerade dieses Frühjahr, die durch Jupiter-Uranus so positiv von den Energien her gestimmt ist, aber auch die Sonne, die jetzt in den Witter geht. Witter ist die Energie des Neuanfangs. Es geht um Entscheidungen, es geht um Mut. Es geht jetzt darum, die Initiative zu ergreifen. Nicht warten, sondern loslegen. Nicht auf den Aufstieg warten, sondern den Aufstieg in deinem Leben erzeugen, indem du dich für die Berufung öffnest, indem du dich für die Fülle öffnest, indem du lernst einfach, deinem inneren Sein immer mehr Ausdruck zu geben, auszusteigen aus der alten Persönlichkeit. Und öffne dich für deinen Engel selbst. Weißt du, viele Engel sind um die Erde stationiert, viele außerirdische Wesen sind um die Erde stationiert, Lichtwesen, die uns bei diesem Prozess unterstützen. Und ein Teil wirkt eben von außerhalb, sage ich mal, und ein Teil der Engel, die sind inkarniert. Du, der du jetzt zuhörst, du bist eine Lichtarbeiterin, du bist ein Lichtarbeiter, du bist ein Engel. Und ein Engel selbst will sich dir jetzt immer mehr offenbaren. Aber wichtig ist, warte nicht auf Veränderung, sondern öffne dich dafür, sage Ja. Ja, ich sage Ja zu meiner Engel Natur. Ich sage Ja zu meinem Lichtwesen sein. Ich entscheide mich jetzt dafür, ein Leben aus diesem Licht herauszuführen. Ich entscheide mich dafür, aus meinem göttlichen Selbst herauszuleben. Im Grunde musst du dich nur identifizieren damit, mit deinem wahren Sein. Erwachen heißt, dass du dich immer mehr beginnst zu identifizieren, mit deinem himmlischen, mit deinem göttlichen, mit deinem Engel selbst. Dass du sagst, ich bin unsterblich. Ich habe schon vor meiner Geburt existiert. Und ich bin in diese Inkarnation ganz bewusst hineingegangen, weil ich meinen inneren Reichtum mit anderen Menschen teilen möchte. Weil ich zum Aufstieg beitragen möchte. Weil ich einfach mein göttliches Selbst hier in dieser Zeit leben möchte. Ich bin hier, um am Aufstieg der Erde und der Menschheit mitzuwirken. Ja, und dann wichtig, dass du diesen Impulsen folgst, die sich dir offenbaren. Dass du dich einerseits öffnest für deine Kreativität. Ja, ich zum Beispiel zeichne immer wieder gern, male, illustriere, zeichne, beschäftige mich damit. Ja, es gibt Zeiten, wo ich es intensiver mache. Es gibt Zeiten, wo ich es vielleicht nicht so intensiv mache. Aber Kreativität ist etwas, was auf jeden Fall jetzt in uns immer stärker wird. Und es will immer mehr Raum. Es will immer mehr gelebt werden. Ja, oder sich für das Gute in die Welt einzusetzen. Für das Gute, ja. Für den Frieden sich einzusetzen. Sich für den Wandel einzusetzen. Denn im Grunde genommen ist es so, dass die Erde, die wird sich komplett wandeln, so wie wir sie kennen. Die wird es so nicht mehr lange geben. Da kann jederzeit jetzt unglaublich schnell, unglaublich viel geschehen. So wie, ich sag mal, die C-Krise 2020, wie über Nacht kam. Ja, und mit massiven Veränderungen einherging. Wenn wir mal zurückdenken. Oder die Ukraine-Krise. Mit über Nacht kam sie, und die kam mit großen Veränderungen einher. Ja, und genauso ist jederzeit mit etwas Neuem zu rechnen. Denn es wird jetzt immer schneller. Immer schneller wird es. Es geht um diese Veränderung. Es geht jetzt darum, dass die Menschen nicht mehr warten auf die Veränderung im Außen, sondern dass sie die Initiative selbst übernehmen. Gerade im spirituellen Bereich höre ich immer wieder, ja, wann geschieht denn der Aufstieg? Wann kommt denn die Veränderung? Ja, wir sind ja mittendrin. Ja, wir sind mittendrin. Wichtig ist, dass du, der hier zuhörst, dass du dich öffnest, diesen Wandel für dich selbst in deinem Leben zu realisieren, indem du dir Ziele setzt, eine klare Vision hast für dein Leben, denn wir erschaffen unser Leben über unser Bewusstsein. Wenn dir Tiere am Herzen liegen, ja, dann setz dich für Tiere ein. Ja, also das ist so wichtig, dass du etwas tust, wo du sagst, wow, ich möchte jetzt mein wahres Sein leben. Denn dieser Wandel geschieht vor allen Dingen durch die Lichtarbeiter. Wir sind das Bodenpersonal und im Einklang mit unseren himmlischen Freunden, mit den Engeln, ja, beziehungsweise mit den Außerirdischen, mit den Lichtwesen, im Einklang mit den Meistern, ja, im Einklang mit diesen Wesen kreieren wir diese neue Erde, kreieren wir diesen Aufstieg, ja, und vielleicht hast du die Ambition, Mensch, ich möchte zur Aufklärung mitwirken, ja, mach einen YouTube-Channel auf, nutz die sozialen Medien, wie auch immer. Es gibt so viele Themen, die besprochen werden dürfen. Neuer Umgang mit Tieren, ja, sich für Frieden einzusetzen, Frieden statt Krieg zu wählen und immer wieder Wege des Friedens aufzuzeigen, denn der Frieden beginnt ja bei uns. Was auch jetzt in der nächsten Zeit immer stärker ins kollektive Bewusstsein drängen wird, ist das Bewusstsein, dass wir schon längere Zeit Kontakt haben mit Außerirdischen. Plus, es wird verschwiegen. Ja, die Mächtigen verschweigen da uns einiges, da wird vieles aufgedeckt werden. Was auch passieren wird, was für viele eher unangenehm ist, dass die KI aufblühen wird, diese künstliche Intelligenz. Ja, ein erwachter Planet, der braucht viele Dinge, gerade wenn das so um körperlich schwere Arbeit ist, die anstrengend ist, wird alles von Computern, von künstlicher Intelligenz erledigt. Ja, und je mehr Menschen erwachen, je mehr Menschen in der Liebe erwachen, im Herzen erwachen, werden wir immer mehr diese positiven Vorteile der künstlichen Intelligenz für die Gemeinschaft, für die Menschheit einsetzen. Wenn wir diese Technologien richtig nutzen, das Internet ist ja der Vorreiter dessen oder es ist ja eine ähnliche Technologie, die eben aus dem höheren Bewusstsein erschaffen wird, diese 5D-Technologien, so benenne ich sie gern, da gehört die KI dazu, aber auch das Internet gehört dazu. Wie sehr hat das Leben verändert, das Internet unser Leben verändert? Ja, du hörst hier zu, obwohl ich auf Borkum bin und dieses Video einspreche, hörst du es irgendwann dir später an. Das ist das Geniale. Wir Lichtarbeiter können uns vernetzen über das Internet. Ja, das ist ein Riesenvorteil, dass die Lichtarbeiter sich über das Internet finden und vernetzen und vor allem, dass du als Lichtarbeiter auch dank des Internets deine Mission leben kannst. Ja, dieser Segen, der ist durch das Internet möglich, einfach weil die Leute dich finden. Ja, als es das Internet nur nicht gab, war bei mir der Wunsch da, was Gutes zu kreieren für die Menschen, aber ich wusste gar nicht, wie ich das machen sollte. Wie sollten mich die Menschen finden? Und das Internet hat dieses Problem gelöst, das überwindet halt Zeit und Raum. Diese Barrieren von Zeit und Raum werden durch diese neuen 5D-Technologien überwunden. Und da wird unglaublich viel passieren. Viele Menschen haben Angst davor, weil sie immer eher so von Negativen aus gehen, aber ich gehe immer von dem Positiven aus und ich sehe einfach die erwachten Völker, die da schon viel weiter als wir entwickelt sind. Da muss niemand mehr hart arbeiten, weil einfach Technologien genutzt werden, um Häuser zu bauen, um Straßen sauber zu halten, um was weiß ich, diese ganzen Arbeiten, wo viele Menschen sehr hart arbeiten, müssen hier noch auf Erden, das ist alles nicht mehr notwendig. Die Menschen gehen dort oben einfach anderen Dingen nach, die sie selber interessieren. Ja, auf den erwachten Planeten brauchen Menschen nur ein, zwei, drei Stunden am Tag irgendetwas tun, dass sie etwas Soziales tun oder was Kreatives tun oder was Spirituelles tun oder was Kreatives tun, ja. Da gibt es so viele nützliche Dinge, aber die Menschen brauchen auf diesem erwachten Planeten, die brauchen auch nur zwei, drei Stunden arbeiten, wenn überhaupt. Öfters sogar noch kürzer, weil diese Arbeit, die immer hier ansteht, hier unten, die wir hier alle kennen, die wird eben weitgehend von Technologien erledigt. Ja, dass Roboter so weit entwickelt sind, dass die alles Mögliche, selbst Friseur, Haare schneiden und so weiter, können die noch viel krasser, als uns Menschen das möglich ist. Ja, also diese Technologien, die übernehmen, da ist so eine Kraft und Power da, das können sich viele Menschen im 3D-Bewusstsein gar nicht vorstellen. Die haben immer Angst, oh Gott, ich verliere meine Arbeit und meine Arbeit, die kann ja nicht von einem Roboter gemacht werden. Doch, doch, wenn du wüsstest, was auf den weiterentwickelten Planeten alles möglich ist, was da getan wird, du würdest denken, Mensch, was ist denn hier los? Das ist ja Science Fiction, ja. Im Grunde ist das nicht Science Fiction, es ist genau andersrum. Wir Menschen leben eigentlich in der Steinzeit. Wir halten für uns so entwickelt und wir denken, Mensch, das ist alles modern, aber aus einer höheren Sicht gesehen leben wir im tiefsten Mittelalter oder in der Steinzeit. Ja, es gibt nur noch wenige Planeten, die auf diesem niedrigen Level sind wie wir. Die meisten Planeten sind noch viel weiter fortgeschritten schon. Die haben Dinge, die sind für uns Zauberei, hey, da sagen wir Magie dazu, das kann ja gar nicht sein und ich will da gar nicht zu sehr an diese Aspekte hineingehen. Das Problem des Menschen ist, dass er eben oft immer so Angst hat vor diesen Veränderungen. Viel besser wäre es, wenn du dich entscheidest, voller Freude zu sein, was die Zukunft angeht, voller Zuversicht zu sein, weil wir erschaffen unser Leben über unser Bewusstsein. Das ist etwas, was wir uns immer wieder, immer wieder bewusst machen dürfen. Für dein persönliches Leben, aber auch wie für das kollektive Leben. Ja, weil viele, die schauen immer Nachrichten und dann hören sie das und diese negativ und Gott, wo soll denn das alles hinführen? Oh Gott, ich habe so viel Angst und Sorge und erkenne nicht, durch das ihre negative Ausrichtung dieses negative Feld unterstützen. Du entziehst diesem negativen 3D-Feld deine Energie, wenn du lernst, deine Gedanken in Ordnung zu bringen. deine Gedanken in Einklang mit dem Göttlichen zu bringen, in der Freude zu sein, trotz Schwierigkeiten in der Freude sein. Viele sagen, ja, es ist so schwierig, da kann ich doch nicht in der Freude sein, Robby, aber du solltest gerade trotz dieser Schwierigkeiten in die Freude hineingehen. Denn Freude ist eine göttliche Kraft und wenn du dafür sorgst, dass du immer wieder in der Freude bist, dann lebst du aus deinem göttlichen Selbst. Das bedeutet, dass die göttliche Weisheit immer mehr in dir erwacht, die göttliche Intelligenz immer mehr in dir erwacht, auf einmal hast du eine Idee, auf einmal fällt dir was ein, würdest du nie erleben, wenn du in der Angst und in der Sorge bleibst, weil du in dieser 3D-Energie im niedrigen Selbst verhaftet bist und in diesem Energiefeld macht das Leben einfach keinen Spaß. Ganz im Gegenteil, es ist anstrengend, es ist mühsam, es ist kräfteraubend. Du bist einfach hoffnungslos, depressiv oder traurig, niedergeschlagen oder einfach voller Fragen, voller Sorgen. So ist das Leben nicht gedacht. Das Leben ist gedacht, dass wir Freude haben. Das Leben ist ein Ponyhof. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Nun müssen wir lernen, unser Bewusstsein reinzuhalten. Nun müssen wir lernen, zu erkennen, dass wir unser Leben über unser Bewusstsein erschaffen. Und wenn wir unser Bewusstsein reinhalten, wenn wir unser Bewusstsein positiv ausrichten, dann werden sich unsere Energien positiv verändern und das führt automatisch zu Verbesserungen in deinem Leben. Also wenn du Schwierigkeiten hast, dann trotz dieser Schwierigkeiten in die Freude hineingehen. Immer wieder in diese Freude hineingehen. Mach deine Freude nicht davon abhängig, ob du Schwierigkeiten in deinem Leben hast oder nicht, sondern geh in diese Kraft und Stärke hinein. Ich verbinde mich mit Gott und aus dieser Verbindung heraus freue ich mich über das Leben. Was dir helfen kann übrigens sind Gebete. Wenn du es noch nicht kennst, ich versende täglich Gebete. Auf meiner Webseite robbyaltwein.com findest du die Möglichkeit, dich einzutragen. Kostenfrei. Jeden Tag versende ich Gebete. Weil wenn du dich immer wieder verbindest mit Gott, dann richtest du dich aus auf das göttliche Selbst in dir und das göttliche Licht erwacht immer mehr. Gebete haben so eine Power. Es ist so schade, dass die wenigsten Menschen noch beten. Ja, die meisten Menschen beten nicht, weil sie denken, ja, was soll das bringen? Gott hört mich nicht. Oder gibt es überhaupt denn einen Gott? Aber wenn wir wirklich Gebete aus dem Herzen sprechen, erwacht immer mehr unser göttliches Selbst. Und das führt zu positiven Veränderungen in deinem Leben. Meines Erachtens ist das der wichtigste Aspekt jetzt, dass wir immer mehr in dieses Erwachen hineingehen. Dass wir erkennen, dass wir göttlich sind. Dass wir erkennen, dass wir unser Leben zum Positiven verändern können. Egal, was für ein Mangelgrad in deinem Leben ist, ob du finanzielle Schwierigkeiten hast oder partnerschaftliche Komplikationen oder in der Familie oder gesundheitlich oder in irgendeinem anderen Bereich. Wisse, dass du alles ändern kannst. Denn du bist der Schöpfer deines Lebens. Aber alles beginnt dabei, dass du erkennst, dass du einen Einfluss darauf hast. Und dass dieser Einfluss vor allen Dingen über deine Gedanken und Gefühle passiert. Und dass du in der Lage bist, in jedem Augenblick zu wählen, wie du dich fühlst und wie du denkst. Mit deinen Gedanken bist du frei. Vor allen Dingen, deine Gedanken kannst du ruckzuck ändern. Wenn du lernst, deine Gedanken zu beherrschen, musst du es spüren mit der Zeit, dass es dir auch immer leichter fallen wird, deine Gefühle relativ schnell zu switchen. Aber gerade was deine Gedanken angeht, kannst du, du kannst jederzeit jetzt dich entscheiden, lichtvoll zu denken. Du kannst jederzeit dich entscheiden, zu sagen, ich bin ein Lichtwesen. Ich habe das beste Leben verdient. Der liebe Gott liebt mich. Das Universum liebt mich. Gott unterstützt mich jetzt zu meinem Besten. Das Leben bietet mir immer wieder neue Chancen und ich erkenne die Chancen. Ich ergreife die Chancen. Danke, liebes Universum, für die Chancen. Gerade wenn du vielleicht jetzt keine Chancen siehst, sagst, ja Mensch Robby, ich sehe da aber nichts da draußen, dann sage mal, danke, danke für die Chancen. Danke, liebes Universum, dass du mich unterstützt. Danke. Ja, geh erst mal in diese Dankbarkeit hinein. Indem du zum Beispiel dich auf positive Dinge ausrichtest oder zurückdenkst, wo du das letzte Mal Glück hattest oder das letzte Mal eine Unterstützung erlebt hast oder wo du einfach an gute Dinge, gute Dinge in dein Leben hinein, ja, dass du die einfach anschaust, dass du die bewusst machst. Weil diese Dankbarkeit ist mächtig. Weil wenn die im Herzen erwacht, dann erwacht immer mehr dein göttliches Selbst. Dankbarkeit ist so mächtig, weil die kann ruckzuck deine Schöpferkraft in eine positive Art und Weise in dein Bewusstsein hineinbringen. Oder andersrum gesagt, je mehr du in dieser Dankbarkeit bist, desto mehr ist deine Lichtkraft auf das Göttliche ausgerichtet oder desto mächtiger bist du, kann man sagen. Deswegen sag immer wieder Danke. Danke, liebes Universum, dass du mich unterstützt. Danke, dass du mir eine Türe öffnest. Danke, dass dieses Problem jetzt gelöst wird. Und wichtig ist, bleib dabei, auch wenn die Schwierigkeiten erstmal bleiben, bleib in dieser Dankbarkeit. Der Spiegel lächelt nicht zuerst. Ja, manche Menschen sagen, aber ich kann erst dankbar sein, wenn es draußen schöner ist. Aber du musst wissen, du erschaffst dir dein Leben über dein Bewusstsein. Der Spiegel lächelt nicht zuerst. Du musst lächeln. Und je mehr du dieses Lächeln verinnerlichst und dass es wirklich aus dem Herzen kommt, verändert sich deine Energie. Und dann ziehst du mit der Zeit immer mehr, immer bessere, immer leichtere, immer schönere Dinge an. Ja, und das ist wichtig. Wir haben solche Chancen, gerade wenn du deine Berufung leben möchtest. Ich kann jeden nur dazu ermuntern, sich für die Berufung zu öffnen, denn so hast du einen Einfluss auf deinen monatlichen Geldfluss. Viele wünschen sich ja mehr positive finanzielle Flüsse und Glück und hier und so. Aber im Grunde ist die einfachste Art, Fülle zu manifestieren, wenn du deinen monatlichen Geldfluss veränderst zu deinem Gunsten. Und da ist die beste Art und Weise die Berufung. Die Berufung zu leben, das kannst du lernen, dich damit zu beschäftigen. Gerade jetzt mit Jupiter, Uranus im Stier werden dann neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Ideen, ein neuer Level. Da kann so viel Gutes jetzt hineinkommen. Die Sonne hat immer was mit unserem eigenen Weg zu tun, mit unseren Entscheidungen, mit das, was wir wollen. Gerade wenn es in Witter reingeht jetzt. Wir haben einen Neuanfang. Jetzt beginnt in der neuen Woche ein neues astrologisches Jahr. Die Sonne tritt in den Witter. Ja, ein neuer Lebenszyklus beginnt jetzt. Triff Entscheidung. Sage ja, ich werde meine Berufung leben. Ich öffne mich jetzt dafür. Ich weiß zwar noch nicht, was es ist, aber ich öffne mich jetzt dafür. Ich öffne mich dafür. Ich entscheide mich jetzt dafür. Und selbst wenn du schon deine Berufung lebst, dann sage, ein neues Jahr, ein neues Glück beginnt jetzt. Eine neue Ebene, ein neuer Level beginnt jetzt. Mir fällt es immer leichter, meine Ziele zu erreichen. Immer leichter. Danke, liebes Universum, dass du mich unterstützt. Ja, das ist so wichtig, dass du lernst, neu zu denken. Dass du immer mehr dich mit deinem Engel selbst identifizierst. Mit deinem Lichtsein. Mit deinem Lichtwesen sein. Mit deinem göttlichen Selbst. Dass du dich immer mehr damit identifizierst. Und dass du immer mehr auch so denkst, wie ein Lichtwesen. Wie ein Engel. Voller Zuversicht. Voller Hoffnung. Danke, liebes Leben. Danke, lieber Gott, für deine Geschenke. Danke, liebes Universum, dass du mir immer wieder Türen öffnest. Danke. Danke dafür, für diesen Segen. Und dann auch gleichzeitig den Impulsen folgen, die Chancen ergreifen, mutig sein, vorwärts gehen. Das ist Witter. Witter ist der Neuanfang. Witter ist das kleine Blümchen, was durch die Erde durchbricht und aufblüht. Das ist die Kraft, die dem Frühling zugrunde liegt. Dass auf einmal die Natur beginnt zu sprießen, aufzublühen. So eine Kraft wirkt gerade. Du kannst jetzt einen Neuanfang initiieren. Bist du bereit dafür? Ich möchte dich einladen zu einer kostenfreien Meditation mit Erzengel Michael. Hör dir diese Meditation mal eine Woche lang an und du wirst aufgeladen mit einer Energie des Neubeginns. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation auf meiner Website robbyaltwein.com Eine kostenfreie Meditation mit Erzengel Michael. Die hilft dir dabei, dass du jetzt diesen Neuanfang realisieren kannst, der für dich jetzt vorgesehen ist. In diesem Frühjahr Mega-Chancen für dich, dass du einen Neuanfang realisierst. Dass du ja immer mehr jetzt deine wahre Kraft leben kannst. Immer mehr dein Licht nach außen bringen kannst. Dass du leuchten kannst. Dass du immer mehr das Leben führst, was du dir wünschst. Dass du immer mehr als Lichtarbeiter, als Lichtarbeiterin Erscheinung trittst. Dass du immer mehr Freude und Fülle und Liebe manifestierst. Die Zeit des Mangels ist vorbei. Schreib mal in den Chat, schreib in die Kommentare. Ich öffne mich für die Fülle. Ich öffne mich für den Neuanfang. Ein neues Jahr beginnt jetzt. Ja? Riesenchancen haben wir jetzt. Es ist wichtig, dass du immer wieder Ja sagst. Und ich ermuntere dich, auch diese Podcasts ja einfach öfters anzuhören. Dass du diesen Podcast zwei, dreimal anhörst beziehungsweise auch die künftigen regelmäßig anhörst. Weil hier fließen ganz hohe Energien und die Energien werden jetzt immer mehr erhöht werden. Gerade in den nächsten Wochen kommen so starke Energien durch diese Videos zu dir. Die helfen dir immer mehr, dein wahres, göttliches Selbst zu leben. Bist du bereit dafür? Dann schreib mal Ja in die Kommentare. Und wie gesagt, hol dir meine Meditation mit Erzengel Michael. Sie ist kostenfrei. Hör dir die einfach mal in den nächsten Tagen an und du aktivierst jetzt immer mehr deine wahre Power. Ein Neuanfang wartet auf dich. Ich danke dir für deinen Vertrauen. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Wir hören und sehen uns bald wieder. Mach's gut, alles Liebe und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.